Hallo und herzlich willkommen zu Smaxi Stream. Mein Name ist Björn Smaxi und das hier ist wieder Persona 5. Letztes Mal haben wir aufgehört in Kamushidas Palast und waren quasi dabei anzuretten. Dann machen wir mal direkt weiter. Folle mich, ich guide dich. Gut, okay. Dann müssen wir wohl Morgana. Okay, gehen wir. Sie ist gerade vor diesem Dining-Rumme-Groß. Okay, Dining-Rumme-Locke-Place. Heißt aber hier, okay. Nein, hab ich bemerkt. Ich kann aber trotzdem noch angreifen. Okay. Ambush! Oh, ein, zwei Horns. Okay, ähm, dann schauen wir mal. Was war... ...Zio, okay. So, dann versuchen wir diesmal jetzt ihn... ... auch zu bekommen. So, that's your move. Then I guess I'll talk first. I'll decide if I'm gonna help you after. You're a student, right? Is it okay for you to just be hanging around here like this? Hey, why don't you be at school? Hm. I don't feel like going. Hey, you don't get to decide not to go to school just cause you don't feel like it. Come on. Oh, this hurts. Hey, if you got any medicine, lend me some. They're supposed to work miracles, right? Okay, decide. Ich glaube, wir müssen bei dem ein bisschen stur bleiben. Ähm... That won't change anything. Jeez, Sonny. You're... You sure can't say some scary things. I like that way of thinking. Hey, I can't believe it. I remember now. I am no shadow from this place. I used to be living in that there sea of the human soul. From now on, call me Bikorn. Hey, dann war ich ja geil. Der heißt wirklich Zweihorn auf Deutsch. Oh, was? Das ist aber mir jetzt nicht bewusst. No need for honorific, Sonny. Okay. Sehr cool. Der heißt halt wirklich Zweihorn. Persona taken. Gained the Bikorn mask. Okay, sechs Erfahrungspunkte, nullien, null Items. Und Level fünf für Skull. Oh, nein. Oh, der hat einen neuen Move. Nice. Okay. Okay, ist auch auf fünf Prozent wieder runter. Oh, nein. Oh, shit. Die Töne ist auf 20 Prozent hoch. Die Angriffsanimationen gehen diesmal wirklich viel. Oh, Gott, das finde ich echt gut. So, was haben wir hier? Ah, okay. Ah, okay, cool. Ähm, klar. Nehmen wir, machen wir. Und das sind mal alles weitere noch. Bis alle unten sind. Oh, jetzt habe ich aber auch nur noch 22 SP. Okay, talk brauchen wir nicht. Wir brauchen eine. All out attack. Ich mag das. Gernimationen ist super. Das ist so gut. Ah, das gefällt mir richtig. New Skill. Patra, okay. Was ist Patra? Cure Dizzy Forget, Sleep Hunger for one am I. Okay, gut. Das ist... Dann ist Morgana auf jeden Fall mein Buffer, Debuffer, Healer und so weiter. Muss ich hier lang? Nicht unterrinnen. Das ist gut. Wir haben sogar die Schwachstelle. Sehr cool. Oh wow, der ist einfach mal instant tot. Ich finde es wirklich sehr gut, dass man auf R1 einfach die, äh, die Schwäche des Gegners direkt einfach mal anwählen kann. Automatisch. Das finde ich ziemlich cool. Also das haben die echt super gut gelöst. Da geht jetzt auch um 10% sogar runtergegangen. Ja, nein, kein Scheiß. Eigentlich könnte es ja hier nicht richtig sein, oder? Weil hier war ich ja schon aber ganz hier. Ach, jetzt geht es hier weiter. Okay, bevor ich hier dann lang gehe, möchte ich erstmal noch den einen Gang weiter entlanglaufen. Rechts vom Speichelpunkt war ja, wenn man eine Obstarkade sieht, ist noch eine Tür, die ich nicht geöffnet habe, wo ich noch nicht durchgegangen bin zumindest. Woher gehst du? Das ist nicht der richtige Weg. Okay, gut, dann kann ich da wohl nicht durch. Renn nochmal zurück. Nope. So. Okay. Warum ist diese hier umgefallen? Hm. Oh, hier kommt mit Sicherheit der Bosskampf. Äh, one sec. Ich muss noch erst alles, äh, wieder aufladen, sonst wird es ein bisschen schlecht. Moment, erstmal Skill. Morgana, ja. So, so und so. Okay, gut. Ich kann leider meine SP nicht aufladen, weil dafür habe ich keine Items. Das ist schade. Oder? Nee, habe ich glaube ich. Nee. Gut, dann muss ich halt suchen. Das kriege ich aber auch hin. Ja, ich bin ready. I'm good to go. Okay, let's go. What's all this about? Seriously, I'm gonna call the cops. So, this is the intruder. Kamoshida? Who's that? More importantly, what is this place? Why is the school turned into something like this? I can't believe you mistook my odd for someone like her. Are you afraid? What is that outfit? Have you lost your mind? I do as I please here. After all, this is my castle. The world of my desires. What the? Wait. Is this some red light district? What a lively slave. This isn't funny. Enough of the bullshit, Kamoshida. Shit. The girls decided to tell me off. What do you think of that? Talking back is like totally unforgivable. Es zeigt auch ganz schön, wie Kamoshida eigentlich ansieht. In this case, she should be executed. Now then. How should I play with you? Shall I tear you into little pieces? Are you kidding me? Okay, what the fuck? Is that what he thinks of the girls in the volleyball team? Hey, that's... Takamaki! Just when I was about to start enjoying myself. What's the deal with this guy? You little... How many times are you gonna come back? I bet you just like those thieves. You came because you're pissed at me, huh? But... I forget that chick's name. But it's your fault she jumped, you know. You were so reluctant to throw yourself onto me, that I had her take your place. What? You bastard! No! Take one more step and I'll kill her on the spot. Damn it! Just sit back and enjoy the dismantlement show. No, don't! Maybe I'll start with her clothes. You're such a perv! Hey, what are we gonna do? Sit back and relax. Name it's a good name. Takamaki! Is this... Is this... My punishment for what happened to Shio? That's more like it. You should have looked like this from the start. Shio! I'm so sorry. Don't give in. Huh? You're right. Letting this piece of shit toy with me. What was I thinking? It's like I always say. Slaves should just behave and... Shut up. I've had enough of this. You pissed me off, you son of a bitch! My. It's taken far too long. Tell me. Who is going to avenge her if you don't? Forgiving him was never the option. Such is the scream of the other you that dwells with me. I am thou. Thou art thou. We can finally forge a contract. I hear you, Carmen. You're right. No more holding back. There you go. Nothing can be solved by restraining yourself. If you understand, then I'll gladly lend you my strength. Okay. Okay. You know what? I'm not some sheep girl you can toy with. You scumbot. Bitch. Du hast alles von She-Hulk verbrannt. Du hast sie verbrannt. Jetzt ist es dein Turn. Ich werde dich von alles verbrücken. Wie leidest du? Enough of your insolent! Okay. Nein, ich habe genug von dir. Niemand wird mich jetzt stoppen. Let's go, Carmen! Der ist auf dem Klo. Toller Thron. Wie leidest du, dass du König Kamoshida's liebst, dein selbster Mann verbringst! Payt für diese insolent mit deinem Leben! Der Dirtbag sieht nur diese Männern als sexuellen Ausländer. Nimm mich mit dieser Lieblings-Hulk. Kommt, Carmen! Lass uns ihnen die Hölle geben! Okay, die haben alle verprügelt, aber warum? Ist dann die große Frage. Ähm... Okay... Ähm... Ich werde wahrscheinlich hier einfach nur schauen. Hm, Order. Okay, Change Tactics. Hm, gut, okay. Nichts Besonderes. Schauen wir mal, ob... Feuer was bringt. Als Sache. Wir schauen mal, ob wir reden können. Let me your power. We're enemies. No matter what's happened, go ahead. Shoot, shoot, shoot! Okay, das heißt, ich kann ihn auf jeden Fall nicht rekrutieren. Na gut. Was heißt Breakformation? Ach so, dass ich's wahrscheinlich nicht mache. Und das kommt gleich nochmal, weil... Schließlich habe ich hier ja Jack-O-Lantern. Was ist Raccoon da? Increased Defense for one of both with three turns. Das mache ich vielleicht nächstes Mal. Du bist mir! Sie sind alle verabschiedet! Das war unglaublich, Joker! Okay, Leute. Let's do it! Okay. Und ab hier darf es wahrscheinlich ein leichtes sein, ihn auch vor allem zu erledigen. Ah, okay. Resistenz gegen Strom, das ist schon mal gut zu wissen. Und gegen Wind. Na gut, wenigstens einmal darf er mich angreifen. Oh no! One more, weil er mich umgeschmissen hat. Okay. Erstmal kacken, um dann mit Energie wiederherzustellen. Ja, Igitt, man. Und das gleiche nochmal, wenn sie tot sind. Und das gleiche nochmal, wenn sie tot sind. Und das gleiche nochmal, wenn sie tot sind. Sehr gut. Wollt ihr denken, dass es eine Frau gäbe, die für den König Kamoshita stehen könnte? Ja, wer hätt's gedacht? Außerhalb der Schule? Dieser Mann ist nichts, aber ein pathetischer Loser. Dieser Mann ist einfach auf 300.000, viele Geld. Und mal wieder keine Getäle. Oh shit. Wait. Warum kamst du hier, Mann? Und mehr als wichtig, wie? Hey, ist das wie ein Mädchen sprechen? Bist du okay, Lady Onn? Lady Onn? Wait, was ist das Ding? Ist es alive? Wie kann es sprechen? Und... wo in der Welt sind wir? Just calm down. Alles wird okay. Keine Angst. Wie soll ich dich calm down? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Calm down. Wie kann ich mich sagen? Ich bin stumpf. Eine Partei wird bald kommen. Keine Zeit zu erklären. Wir haben keine Wahl. Wir gehen für jetzt. Wir waren gerade getrennt. Du musst in der Weg gehen. Okay. Hier. Gib mir deinen Arm. Du gehst den anderen Seite. Welcher willst du? Welcher ist nicht carboniert. Äh... Sie sind beide. Dann... Dann... Hier geht's. Was ist mit mir? Huh? Aber du bist ein Mädchen. Du hast dich calm down, Lady On? Ähm... Morgana, richtig? Ich bin wirklich mit einem Katzen. Das fühlt sich so strange. Oh, sorry. Du bist nicht ein Katzen, richtig? Ja? Ja. Es ist nur natürliche, dass du entstanden bist. Du wirst, dass du das alles verstehst, direkt nach dem, was du durchfassst, ist zu viel. Ja. Ja. Und wenn du mir gesagt hast, dann können wir Kamoshida eine Veränderung, richtig? Ist das wirklich möglich? Kannst du ihn tatsächlich verletzieren, um ihn zu verletzieren, zu verletzieren? Die Volleyball-teams verletzieren, um das zu verletzieren, während die Lehrer und Eltern verletzieren. Wenn die Leute wie uns versuchen, dann werden wir uns unterhalten. Wir gehen auf diesen Plan ist die einzige Wahl, die wir haben. Dann lass mich auch helfen. Ich will ihn bezahlen für was mit Shiho passiert. Er geht einfach so, wie nichts passiert. Selbst nach dem, was er mit ihr gemacht hat. Ich werde ihn niemals verletzieren. Wait. Did you just say, let me help? You mean, you want us to take you along? Don't act like I'm going to drag you down. Weren't you watching? I can buy too. Hey. What should we do? Hmm. She'll be great. I agree as well. We are lacking in manpower after all. Don't worry. I'll take care. Even if you said no, I'd just go in alone. Ah, right. She can go by herself. I guess it would be more dangerous turning her down. Ah, fine. Then it's decided. Well, I hope we get along. I'm going to make Kamoshida a tone for what he did. Not just for Shiho's sake, but for everything he's done. I won't let any more people suffer because of him. I'll do whatever it takes. It's not a strong fighting resolve from on. Oh, schon wieder ein Dings. Ach, erst mal die Zeit nach vorne. Okay. I doubt something as dangerous as your group could have been pulled off with orthodox methods. It wouldn't be odd if you had someone that was proficient in deceiving the eyes of others. If you're listening, then answer me. And so on. 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 Lover's persona. Okay. Lummer. Das klingt interessant. Ich hoffe, ich verstehe das noch, was damit genau gemeint ist. Anne kann jetzt den Baton Pass benutzen. Was hat es mit diesem Lady Anne gequatscht auf sich? Was hat ein Kind-Gerl. Suche Admirable consideration für die anderen. Und die Innocenzierung, die sich in die Jaws der Deathen zu erreichen, um ihre Ziel zu erreichen. Sie interessiert über ihre Freunde, und sie ist schön für Sie. Was hat eine Frau. Sie hat mein Herz genommen. Mann. Sie wissen, es wäre besser, wenn diese Gruppe zusammengekommen würde. Wahrscheinlich. Unsere beste Option wäre, um ein secretes Gelegenheit, wo wir diese Dinge diskutieren können. Gelegenheit, oder? Ich liebe das Geräusche. Das Geräusche. Das Geräusche würde funktionieren. Es scheint, dass niemand da geht. Für die Zeit, das wird das perfekte Gelegenheit machen. Ich kann dich nicht in einem Haus kontaktieren. Also, ich werde in diesem Welt bleiben. Das gesagt, ich brauche jemanden, um mich zu beschäftigen. Ich bin persönlich auf dich nominiert. Du solltest dich gefühlt fühlen. Das ist alles für dich. Es gibt keinen Weg, dass ich mich an meinem Haus kann. Der Träger wird auch sein. Nun, wir haben jetzt unser Gelegenheit. Also, wir treffen uns morgen morgen. Okay. Lass uns meine neue Residenz für diese Welt schauen. Der Shujin Academy Rooftop wird dein Gelegenheit sein. Okay. Gut zu wissen. Ich kann mir vorstellen, dass es sich noch irgendwann im Spiel ändern wird. Zumindest hoffe ich das. Weil... Was ist jetzt in den Sommerferien, wenn die Schule geschlossen ist? The store's... The store's still open. Go upstairs. Let me split it. Yes? Hey, lay off the customers. Sorry if he was rude, Doctor. Doctor! I don't mind. Come on, you're getting in the way. Okay, go on upstairs. Okay. Uh... Doctor. In so ne Aufmachung interessant. Aber... Naja, gut. Wait till later. The cafe's open right now, you know? Okay. Thanks, I'll see you later. Come back again. Ooh, that's it for today. Oh, that customer just now? She's the head doctor over at that clinic down the street. The rumor has it she gives pretty crappy examinations and sells some weird homemade medicines on top of that. At least that's what I've heard. I haven't been there myself. I should really just leave her alone. It's not like she's getting in the way of their lives. Hey! Are we there yet? Well, I've gotta get home and start making dinner. Okay. What the... What is this place? Is this some kind of abandoned house? More or less? Hey, are you... I was wondering why I heard meowing. What did you bring it here for? It was abandoned. That's... It's a shame. Look, this place is a restaurant. Animals are a no-go. Though... I guess you might stay on good behavior if you've got a pet to take care of. But keep it quiet when we're open for business. And don't let it roam down stairs. Or I'll toss it out. Oh, and I'm not gonna take care of it. That's all on you. Is that the ruler of this place? He seemed pretty understanding for someone who keeps you cramped up in this dump. Then again. I suppose to normal people I just sound like a meowing cat. Seriously. Had to keep calling out in that cute little voice. Make sure you wash that dish. By the way, have you decided on a name? Morgana? Huh. I was hoping I'd... Aw. Aw. Looks like the chief likes me, but only you. And to be honest... This place is heaven compared to Kamoshida's cells. Remember how you guys asked me before about what I am? To be honest... I don't remember anything about Metaverse. I think the Metaverse's distortion made me lose both my memories and my true form. Uh... Is that form human? It has to be. I mean, why else would a cat be able to talk like this? There's no other possible explanation. Maybe you're a person. Who knows? There's no doubt about the distortion for how to be able to lose my real self. I'm sure that once they're purged, I'll finally be able to get that self back. And I have a pretty good idea on how to do it too. That's why I was in the castle in the first place. Come to think of it. I didn't get hungry over in that world. Come on. Let me make myself clear. Your taking care of me won't be for nothing. It'll be give and take. Due to my knowledgeable and dexterous nature. I have a lot of intel on infiltration tools. Infiltration tools? What are those? I can't tell you more unless we settle on a deal. In exchange for you keeping me here, I'll teach you about these tools. How does that sound? Yeah, okay. Let's do this. I like that answer. Then it's a deal. Morgana seems rather happy. Okay. 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 Aufgrund der Magician Persona, ich habe die Wünsche von Glück, die zu Freiheit und neuen Macht führen. Wir haben gelernt, wie Infiltration Tools von Morgana machen. Aufgrund von welcher Lebenserfahrung du hast. Ich glaube, es wird auch diese Macht beeinflusst. Und wenn du dich mit der Wunschung gewohnt hast, du kannst auch verschiedene Wunschungen lernen. Das ist alles Teil unserer Wunschung. Entschuldigung? Ich hoffe, dass du großartige Dinge von dir erwartet. Keine Ahnung, okay? Also, I'll accompany you when you go out. Don't worry. It's free of charge. Na dann. Getting around in cat form sounds pretty inconvenient, though. Well, it is what it is. I'll just have to deal with being carried in that bag of yours. Na gut. Wo sie die Tasche überall rumtragen. Thanks for everything today. You saved me and I didn't even thank you properly. Don't worry about it. I can't. Anyway, I wanted to let you know at least. See you tomorrow. You guys send messages to each other with that thing, right? I want in too. So I'm gonna have to ask you to type for me. At any rate, is this really a place for someone to live in? Ja. Die Klappe Katze. I'm all for teaching you how to make infiltration tools, but you really need to clean your room first. Okay. This is definitely your storage area. I'm surprised you can't even live in here. Ist jetzt Morgana automatisch schon meine Stimme geworden, oder was? You don't even have a TV in your room. Okay. What a huge cardboard box. Oh, that's your stuff in there. Okay. Ja, das habe ich mir auch schon getraut haben. So far. This is really your room, huh? I don't even know where to start. Ja, da muss man wohl aufräumen, schätze ich. That desk looks like it could be pretty useful. But you can just clean it later. For now, let's call it a day and get some sleep. Was ist denn noch hier? So untidy. Books are even sticking out of the shelves. I'm surprised you can't even live in here. Okay. Ja, ich auch so ein bisschen. Manchmal. Hey! Where do you think you're going? We'll be busy tomorrow, won't we? Let's just call it a day and go to sleep. Okay. Dann speise ich mal ab. I should write something. You should write something. Indeed. Safe complete. Okay. Done. I'm in bed. Tomorrow is going to be a busy day. Keep it together, alright? Alright. Sleep. I feel strange weight pressing down on my body. Ah, so ein Zufall aber auch. Is this the stress of Kamoshida's threat weighing on me? Oder nur die Katze? Und dann haben wir auch den Tag überstanden. Ab zum 16. Dem Samstag. Und ich glaube, Samstags ist in Japan auch Schule. Ich glaube, in den anderen Personateilen war es zumindest mal so. Ja, genau. Even if it's crowded, looks like you can still grab a seat if you're lucky enough. While we're riding the train, we've got some downtime. I wonder if you could put it to good use. Es ist natürlich interessant, wenn ich während der Zugfahrt einfach Sachen machen könnte. What's wrong? You don't look so good. I haven't been feeling well lately. My hat's all foggy and I have no energy. I've tried every drug at the pharmacy, but nothing works. Do I have some new virus? Na cool, wie da Morgana aus der Tasche schaut. Is this the onset of a psychotic breakdown? What should I do? Am I going to die? Calm down, calm down. Let's go to the clinic. Come on. I'm sure the doctor can prescribe you something that'll fix you right up. Doctors have the best medicine, huh? Hey, wasn't that one customer back at Leblanc, a doctor? She was wearing punk clothes. So what? It might be nice to have some strong medicine to use in the palace. But it's true. It's true. It's always practical. And again a school day. Or almost. Just a minute. Hey, we're meeting up at the hideout after school, right? Don't text now. We're in class. Whoa, you mean you're actually listening to all this crap? Yeah, but none of it is really sticking today. I know, right? Anyways, hideout after school? Where exactly is this hideout? The school roof. Wait, we can still go up there? Yeah, I'll let you in. Well, I'll be waiting. Just come on up once school's over. Gotcha. I'm gonna find you if you're late. Ha, ha, ha. Hey, San Diego. You, pay attention. Is that how you listen when someone's talking to you? I feel a murderous, murderous intent? Was? Will der den gleich umbringen? Autsch. Okay, Kreidewerfen is... Auch kacke. Oh, that looked like it hurt. Get him right in the forehead. Oh, man. That's what you get for daydreaming. Kids these days have no respect for their elders. Good grief. Looks like you need more proficiency to completely dodge that. Yeah, Evan Wayne. Looks like we're all here. Okay, let's get going. Hold on, it's still too early for us to head to the palace. But why? Don't you just gotta steal the treasure thing? Don't underestimate the dangers of that place. We need to prepare. Ain't that persona shit we got enough to deal with it? That's exactly what I mean when I say don't underestimate it. You'll die if you mess up in there. So again, we need to prepare before we head in. But how exactly are we supposed to do that? I'm glad you asked, Lady Anne. First, we'll need to find better equipment for all of you. Talking about weapons? I know a kickass place. In that case, you can handle that side of things. But not that I'll just get a gold-schläger again. Okay. Ach so, wahrscheinlich Doktor und so behaupte ich. Hey, remember that customer you met at LeBlanc yesterday? The doctor who prescribed medication after a quick examination? She was sitting at the booth. Yeah, I remember. I just realized something. If she's the kind of doctor who gets sketchy rumors like that, maybe she'll help us out. She's somewhere in the neighborhood, right? Take me to her. Okay, mal gucken, ob ich sie find. Und... Uh... Seht, irgendwann sit down. Seht nach Doktor aus, okay. They're here sogar. Welcome to Sacred Heart Hospital. Okay. This is the clinic that the Chief mentioned. Now, how can we get them to give us some medicine? Uh... We'll make something up. Well, I guess that's the only choice we have. We'll just have to go for it. Alright. Let's step inside. Let's step inside. There's already a reception, right? Is it there, right? Or is it not? Add stand. Health bulletin, April edition. Watch out for hidden light insomnia, is what it says. I wonder if having strange dreams is one of the symptoms. Is this your first visit? Hmm. I feel like I've seen you somewhere before. At Le Blanc. Hmm. Well, whatever. So what are you here for today? Um... My fuddy... My fuddy... My fuddy builds lethargic. My buddy feels lethargic. Fine. Please head to the exam room. Please head to the exam room. In a case like yours, it's usually just due to stress. I'm going to prescribe you some pain relievers, okay? Actually, I still need to restock those. So let's go with the sleeping pills instead. Sleep is the best place in any way. Which type of pill do you want? A sweet tasting one or a bitter one? I want painkillers. Uh... Whichever. It's really not. How about a stinky one then? Just kidding. There's no such pill. Alright. We don't... Why don't we stop beating around the bush? What does this mean? You're not sick at all, are you? I'm not as dumb as you look... As I look, you know. I'm guessing you're here because you heard rumors about me, huh? Uh... Are the rumors true? Just to say. But as a result, all I get are patients with ulterior motives now. I guess high school kids have it tough nowadays too, huh? Well fine, I'll prescribe you some medication. What? But only medication that will help you recover your health. I guess it's fine. You seem pretty earnest. And you don't look like you'll be any trouble. This is my private practice. All the medicine I dispense is original. I have a license to make my own formulas. You've likely seen them being sold at various hospitals. This is how interessant. It's your responsibility to take care of yourself. So if that's okay with you, stop by any time. You're bad, doctor. Uh, nein. That'll really help. Great, it's nice that you're so quick on the uptake. It saves me the hassle. You're a pretty weird kid, you know? I wonder what you're going to use the medicine for. Well, as long as you don't cause me any trouble, it's not my problem. Okay, I mean, klingt halt schon ein bisschen sketchy. So ein bisschen. This is all I've got right now. Okay. Äh, ziemlich stylish. Gut gemacht. Oh, das kostet ja nicht wenig. Ähm. Okay, jetzt mal ganz schön. Best active formula. What resource? 50 HP. 100 HP. Okay. For two, one ally. Medical ointment that cures burn freeze shock for one ally. Drop topical bomb for rage despair brainwash fear confused for one ally. Alert capsule. A capsule that cures dizzy forgets leave your hunger for one ally. Revivadrin. 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 Revise one fallen ally with 50% HP. Can only be used to save places to restore 50% HP to all allies. Okay, was nehme ich denn da jetzt? Ich nehme am besten auf jeden Fall was, was mir HP wiederherstellt. Am besten erstmal von denen hier ein paar. Oh, das ist halt zu teuer. Ich glaube, ich nehme erstmal drei. Zwei. Warte, drei. Zwei. Erstmal zwei. Okay, das ist halt interessant. Und dass das, was doppelt so viel HP gibt, auch wirklich exakt doppelt so viel kostet. Es ist also... Na gut, es ist halt für spätere... Wenn ich höher gelevelt bin, ist es natürlich um einiges hilfreicher, wenn ich mir dann das hier kaufe, als wenn ich mir das kaufe. Aber, naja. Black's Jail? Nein, nein. Das ist dann halt Revivalidrin. Brauche ich, glaube ich, noch nicht. Da ich sowieso nur auf Easy spiele, ist das alles in Ordnung. Take care. Tschauk. Das ist mit dem. What's the reason for your visit? You have a cold, stomachache, athlete's foot, whatever it is, you'll need to take a number. Enough of this. You're the only one who could to have developed that type of medicine. I'm afraid I have no idea what you're talking about. Don't play dumb with me. Rumor has it, it's a drug so potent it can give a person unlimited power. Really? That's news to me. Developing experimental drugs, medicine and herbal remedies violates all health regulations. Are you attempting to create a super stimulant? A drug like that will only become a social issue. You're really persistent, you know that? I'm just a quack. The police may not be taking action, but I imagine the media will soon pick up on it. You intend to ruin my reputation again, huh? You're a disgrace to the medical community. What's with the luck? That was your mistake, was it not? I won't be responsible for your criminal actions. Dispose of that medicine immediately and resign. The name's Tai Takemi. The name Tai Takemi will never... Hey, is somebody there? Oh, okay, he noticed that I was listening to it. I thought there was another one out there. No, no. Jeez, they almost caught us. It sounded like they were talking about something dangerous. Could that woman be hiding some extra strong medicine? We should use that. I agree, if it's that strong, it might come handy at the palace. Alright, let's come back when that man isn't here. We shouldn't involve people who have nothing to do with this. Keep the Phantom Thieves a secret, okay? Anyway, great work. That went really well. You know, there's a shop in Shibuya that sells model guns. I'd be glad to take you there if you want. Sounds good. Sweet. Well, let's figure out where to meet. We at least know how to get to Shibuya Station, yeah? Hey, I can't make it. Can I trust you guys to check the place out for me? You can't come? Not tomorrow. I made plans to go see Shiho at the hospital. Ah, gotcha. Don't worry, we got this. Well, see you in Shibuya, Lupin. I'll be in front of the station. Nice scene. We might be able to get our hands on some decent stuff if this store really has model guns. Well, we can leave that for tomorrow. Let's go home. Okay. It's going smoothly so far. Once we're prepared, let's take on the palace. That's where the real fun starts. Got it? Okay. Shibuya? Oh, um, of course I've heard of it before. I just can't remember a time that I've been there. Okay, Shibuya is ja... Was ist Shibuya? Ne, das war Akiwa. Akiwa war dieses, äh, in Anführungszeichen, Nerd-Viertel, sagt man ja eigentlich immer. Na gut. Äh, ich schätze mal, dass ich nicht viel mehr machen kann. Okay, dann gehen wir mal Shibuya, Shibuya, Shibuya. Naja, keine Ahnung. You're meeting up with Ryoji tomorrow, so don't oversleep. Sleep. Hätte ich jetzt Oversleep auswählen können, hätte ich auch Oversleep ausgewählt. Hahaha. Looks like you made it. Okay, let's get going. The shop's over this way. Central Street is that way. Okido. Dann gehen wir mal zu Cent... Wow, 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 wow! Everyone, wake up! This country is twisted! This politician is actually saying some decent things, but not many people are stopping to listen. Nah, people give speeches all the time. Plus, politics are pretty boring anyways. We're almost there, just don't get lost in the crowd. Okay. Okay, wenn er da sowieso wartet, dann will ich mal kurz hören, was der Mensch zu sagen hat. Strange incidents are occurring. What is the cause of them all? The runaway train incident, the mysterious psychotic breakdown phenomenon. These are all signs of the end of our once peaceful days. Now is the time for our politicians to show their strength and yet. If you're interested in politics, we should come back another time. Okay, okay. Dann gehen wir halt irgendwann anders hin, okay. Okay. Go Central Street. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool, dass Tokio mal der Schauplatz ist von dem Persona-Spiel. Weil alle anderen Persona-Spiele, soweit ich mich erinnern kann zumindest, waren immer irgendwo anders. Okay, folge mir. Okay, the shop can be pretty confusing to find sometimes. Na dann. Oh hey, wer bist du? Yeah, you surprised me. Don't go into that alley. I saw a blonde punk just head in. Ja, dieser blonde punk ist ein Kumpel von mir, du Depp. Okay. Okay. Wir sind alle blonde punks. Okay. Was ist hier? Nobody in this city cares about the harm they cause others. Sheesh, no manners whatsoever. Okay, was genau does das bedeuten? Das ist doch nur ein Fahrrad. Oh ja, egal. Vielleicht sehe ich gerade nicht was da ist. Oh, egal. This is it. Pretty legit, huh? Oh yeah, now that we are here. Do you know anything about military stuff? I guess worst comes to worst when we can just ask the shopkeeper what they recommend. Come on, let's go. All the stuff in here looks so real. I don't know what I like best. Maybe we should try asking the guy behind the counter. And man, who would have thunked, Modelguns would shoot real bullets in that palace. Ich bin gerade dabei zu sehen, was auf dem Schild da in rot hinten steht. Ich glaube, miripo. Irgendwas. Military vending machine. Okay, keine Ahnung. It says taste test. The Rations of the World, volume 37. It's 800 yen each try, but you want to give it a shot? You want to give it a go? Let's give it a try. The Rations of the World, volume 37. The Rations of the World, volume 37. Catals are sticky. Okay, what is the moment? Let me see what I really got here. Pretty machine. It restores 50 HP and cures hunger for one ally. Kann ich aber hier nicht benutzen? Hm, naja gut. Komisch, dass ich das jetzt nicht benutzen kann. Naja, schau mal. Surly Manager. Weißt du, was du noch willst? Schaut du für eine Recomendation? Ich weiß nicht. Just buy whatever looks interesting to you. Ah, just some customer service. Fine, what do you want? An automatic or a revolver? Uh, automatic? Dude, why are you talking about cars now? Haha, da, da, da. Listen, this here is an enthusiast shop. My regulars will be mad if I let a casual like you hang around. I'm not a freaking casual I bought shit here from you like last week. Ha, I can remember you. You bastard. And you looking for something? Uh, fancy model gun. Oh. Oh. You're a collector. Ha, you're way more interested than that blondie over there. Shut it. Anyways. Anyways, you should have said before you two... Before you two were... Oh, yes. Oh, my God. These are upcoats. I'm always up helping fresh faces. Some precautions first though. Don't go around pointing them at other people. Keeping them back or something if you're outside. Oh, and don't let the fuzz catch wind of you having them. I don't need some... Uh, need them coming around here. Okay. Um. We hate the cops. We'll be careful. Promise. We damn well better be. Now, if you look close, you'll be able to tell these are models. Real guns feel different. Maybe someday I'll show you the real good stuff though. If you got the guts for it, of course. But for now, you get the beginner selection. Just sit tight and I'll bring him out. We did it, dude. We totally gotta go for some fancy shit, right? I want him to shine. Oh, and here's the cash for mine. Pick me out something good. Okay, good. Ich hab also quasi 4.000 für jeden. Beziehungsweise eigentlich gar nicht... Ich hab 2.000 für jeden eigentlich. Uh. What's? Ah, okay. Melee weapon, range weapon, protector, accessory. Schau mal. Melee weapon. Alright. Ach, jetzt muss ich auch noch auswählen. Nee. Alright. And which one? What would you want? Äh, ich habe weder das eine... Ach so. Oh. Das ist ja scheiße, ne? Das ist ja doof. Das ist ja schlecht. Oh, aber ich glaube, ich gucke jetzt erstmal nach Schusswaffen. Weil da drücken geht's ja erstmal. Okay. Sounds good. Okay. Die Chuck-Chef hab ich ja. Model gun typically seen in Mafia-Firms. Model gun of a basic high-caliber handgun. Oh, wow. Die ist um 10 stärker und um 8 Punkte genauer. Das ist ja cool. Ähm, jetzt... Davon hab ich 2 Stück. Ich glaub, da werd ich mal eine verkaufen, denke ich. Oh, Shotguns. Haha, cool. Model gun based on the short-barreled shotgun. Model gun based on an oversized shotgun. Okay. Was haben wir für Morgana? Slingbow und Slingshot. Slingshot hat gerade Sturdy Slingshot. Slingshot built to fling flaming arrows. Interessant. Hahaha, die hat Maschinengewehre. Geil. Model gun based on a british-made model. Und hier, Model gun of Sub-Machine Guns hier in Mafia. Also die will ich auf jeden Fall jetzt für anhaben. Sehr coole Auswahl. Diese Auswahlmenüse sind so gut gemacht und sehen so steilisch aus. Das ist echt nicht normal. Replica SMG. Ja, die verkaufen wir, weil die brauche ich ja nicht. Ähm. Dann nehmen wir mal nochmal für Lupin. Nehm... Verkauf ich jetzt erstmal das Zeug, was ich brauche. Sell. Okay. Ähm. No treasure. No melee weapons. Hier. Da habe ich nämlich eines. Hier, halt mal melee weapons. Habe ich auch eins zu viel? Hä? Ähm. Okay, schauen wir erstmal. Check. Katschew. Katschew. Ähm. Katschew. Einmal. Sell. Und dann muss ich schauen, was das mit den Melee weapons auf sich hat. Okay. Was? Das ist Dagger. Das ist glaube ich die, den ich habe. Wollen wir nochmal schauen. Ja, Rebel Knife. 42, 96. Ich weiß ja nicht mehr, wer das benutzen kann. Dann behalte ich's lieber erstmal. Ähm. Nein, ich habe keine Melee weapons. Ich habe eine Range Weapon. Und zwar nehme ich jetzt die Governance für ihn hier. Und dann habe ich kein Geld mehr. Ja, die werde ich jetzt auch kaufen. Ähm. Das hat er schon. Das hat's schon. Ja gut, da kann ich mir hier nichts mehr leisten, wie sieht's bei den Melee weapons aus. Okay. Auch nichts leistbar. Also wenn ich mit R1 rausgehe. Nee, nee, nee. Ich habe zu wenig Geld für alles. Was? Was haben wir bei Protector? Alright. Dann kann ich mir auch nichts leisten. Mhm. Aber da muss ich wenigstens nicht speziell aussuchen, wer was und so. Cat Sweater. Silk Scarf. Hehehehe. Sehr gut. Äh. Aber man sieht ja auch wieder, ähm. Wie in Persona 3 und 4. Äh. Und wahrscheinlich auch in 1 und 2. Haben die äh. Verschiedenen ähm. Equipments auch verschiedene äh 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 Resistenzen. Zum Beispiel hier. Resist Freeze. Resist Sleep. Agility plus 2. Endurance plus 2. Das finde ich halt schon ziemlich cool, dass es da auf die Ausrüstung äh bezogen ist. Begegen was man Resistenzen hat. Okay. Was haben wir hier? Was ist das? Chakra Joker. Breath Sash. Das hier würde ich mit einer Ehe holen, weil ich bin mehr so der HP, der viel HP Mensch, als der viel SP Mensch. Und hier guckt genau alles gleich. Also kann ich mir einfach nichts mehr leisten. Okay. Hm. They've got all sorts of shit here. Don't they? So. Okay. Dann können wir jetzt gehen. Wir haben ja alles. Are you going home already? Anyways. I'll have you do the choosing from now on. Get me the strongest looking one. Jaja. Jederzeit. Wenn ich das Geld dafür habe. Was? Did you hear? Ah scheiße. Jetzt hab ich so gedrückt. Verzeihung. Verzeihung. Talking about that psychotic whatever thing people are talking about? Yeah. I heard it completely altered to your personality. The news is saying... Moment. Ich kann ja eigentlich einfach hier schauen. Apparently that subway driver from the accident was acting really odd during his testimony hearing. The news is saying the driver couldn't even speak when they tried asking him a question. There's no way a preposterous story like that could be true. Oh, and sorry, but we're closing soon. How rude. This must be why you don't get this many customers. Your coffee is actually not half bad. The beans must be lamenting the sorry state of the store. Das van Asch. Thanks for stopping in. Please come again. I only say this out of politeness, but thanks for the coffee. Das van Asch. Sheesh. What a pain. Yo, what do you want? If you're bored, go wash some dishes or something. How's business? It doesn't concern you. Action. It's all good as long as the shop doesn't fail. I'm not gonna go wearing a fake smile. Is that a model of yours? What if it does fail? But what if it does fail? Who knows? Maybe I'll end up living out on the streets. As long as I'm here, the world leaves me be. No annoyances or troublesome people to deal with. It's like my own personal hideaway. I'd be kinda screwed if I lost it, but I guess you would be too. So you better at least try and be useful around here. Na gut. Anyway, I'm leaving now. Don't cause any trouble. Na gut. I went to see Shiho in the hospital. How was she? The condition is stable. They don't know when she'll regain consciousness, though. That's scary. Yeah. She'll get better. I know it. I just need to believe in her. But I'll never forgive Kamushida. He's going to pay for what he did, no matter what. I'm just about ready to go to the palace. We just need to assemble some infiltration tools. Clean off that desk back there, so we can use it. Okay. That desk. Hurry now and clean it up. Let's clean this up. I can't just say that I'm not in the mood for it. Okay. Great. Now you can make things whenever you want. Now you can create infiltration tools at this work desk. Oh, this is cool. I'll provide the materials this time. Try making a lock pick. Making infiltration tools. With the necessary materials, you can make infiltration tools. These can be beneficial when exploring palaces, so be sure to try them out. Materials can be collected from defeated shadows in palaces and from shops in town. Try visiting different shops to see what items are in stock. Making tools will cost time to pass, but will improve your proficiency. As your proficiency grows, the amount of infiltration tools you can make at the time will increase. Try raising your proficiency to become more efficient. Okay, cool. Don't think too hard about it. You'll get the hang of it. Okay. Stealth and all. What is that? Palace? Regent? Go home. Go home. M, oder einfach go home, ist das Item, damit ich aus Dungeons fliehen kann. Smoke screen kann ich aus Kämpfen fliegen. Lockpicks, stealth and all. Stealth and all. Schätze ich jetzt einfach mal. Alter, da kann ich jetzt nachschauen. A deodorant that erases your presence, lowering a Palace's security level. A tool that can open one locked treasure chest. Battle vanish ball. Guarantees escape from battle. Not all battles apply. Spotlight raises chances of being targeted. buy foes for one ally okay was soll das sein element set flutes molotov cocktail free spray stun gun and air cannon interessant okay cool aber jetzt machen wir erstmal ein lockt ein dietrich craftable okay super confirm everyone starts off a little clumsy don't be sad if it doesn't go well at first okay okay make it clunk 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 clank did you finish got one lockpick yeah great you should be able to use this so fiese noten okay proficiency immer noch auf eins das ist halt jetzt wo ich wieder mir gerade gedanken mache bei persona 4 was für mich persönlich zumindest ein bisschen schwer rauszufinden wann welche welcher status am besten jetzt höher ist und vor allen dingen auch was ich dann tun soll irgendwann kommt jetzt noch in dem spiel dazu dass ich selbst einschätzen muss wann ich welche nicht fähigkeit sondern welche wann ich halt was tue und so weiter mit was ich dann zeit voran treiben will und das ist halt dann oh das wird ein bisschen arg kompliziert aber manchmal kann man damit echt wichtige wichtige happenings verpassen und das fand ich dann ein bisschen schade aber naja gut jetzt bin ich erst noch im tutorial bereich die post proficiency has improved we should be ready now we're heading into the palace tomorrow let's get some sleep okay und montag wieder ein schultag gut morning come on hurry up and get to class good morning that admirable behavior aber won't do you any good but once you're expelled so i saw kamashiro at the school gate this morning he was just standing there looking at me with this shit-eating grin on his face that's annoying he was probably mocking you honestly seeing that got me even more fired up about this yeah i'm worried about shihou but i want to concentrate on the on our operation too and i won't let myself get exhausted like this like last time the board meetings may second right we just got to take care of him before then i'm ready for this saying does for me me too i'll do my best no going in without me okay yeah you better let us know if you're going into the palace okay and this is also interesting about the personas games i think since the third part of the series maybe before i don't know exactly i know okay you have to make the next boss to make the next boss otherwise you can't keep it forward otherwise you can't keep it forward i think you'll get automatically game over Also darf man sich wirklich nicht verleveln oder sonst irgendwas, weil sonst kann es sein, dass man sich wirklich in so eine Ecke spielt, dass man das ganze Spiel mehr oder weniger von vorne anfangen muss. Oder wenn man Glück hat, einfach nur einen alten Spielstand lädt und damit dann fortfährt. Aber dafür muss man auch schlau genug sein, mehrere Spielstände zu benutzen. Und da bin ich zu dumm für. Es ist endlich Zeit, die Planung in Bewegung zu setzen. Ich hoffe, die anderen sind bereit, zu gehen und warten auf das Signal. Mission Start ist ja cool, wie das einfach auf der Tafel erscheint. Haha, sehr cool, sehr, sehr cool. Da sagt es sogar gerade. Keep vigilant und beware of the time remaining. Palaces contain many strong enemies. Consult with your allies und make use of the various facilities in the city to ensure a successful infiltration. Let's take Kamoshida's Twisted Heart. Activity Log. By connecting online, you can check what actions other players chose to take at the same time on the same day. Press the touchpad button. Okay, also touchpad. To see the Activity Log of other players. This feature will not affect the gameplay or story. Turn this feature off, open the main menu by pressing the triangle button, then select System and then entering Config. Okay, wie war das mit dem... Mit dem... Mit dem... Hier so. Palace? What are we doing about the palace? And we meeting up? If you don't know what to do, just let... Let's just go. Well, what do you want to do? Should we meet up at the hideout and head into the palace? Side later. Mach ich wirklich nachher. Ähm... Weil jetzt... Möchte ich erstmal schon an das andere gesagt haben. Accessing, okay. Everyone's Activity Log. Daylife, Fieberie, went to the palace. Okay, die meisten sind direkt zum Plastikern. Das ist eigentlich auch gar nicht so das Dumme, weil dann kann man nämlich die anderen Tage wirklich mit dem verbringen, was man vorhat. Ähm... Everyone's Average Level 6. Okay. Das ist interessant. Ähm... Der Durchschnittslevel wurde in Persona 4 nicht angezeigt. Persona 4 auf der Vita, also Persona 4 Golden, auf der Vita hatte als erstes Spiel dieses Feature, also in der Serie, wo man... Was die Select-Taste, irgendeine Taste auf jeden Fall gedrückt hat. Und dann hat man halt einfach gesehen, was die Leute an dem und dem Tag gemacht haben. Ähm... Aber da stand nicht der Durchschnittslevel dran. Deswegen finde ich es gerade ziemlich interessant. Konnten wir dann. Time with Takemi. Never Takemi. Ach so, das war Yuji. Okay. Daylife studied in the Library. Ibrary 69% went to the palace. Ich werde auf jeden Fall auch schauen, dass ich zum Palast gehe direkt. Weil da habe ich am meisten Bock drauf. Aber was ist jetzt mit Ahn? Never thought it would end up like this. I'll never forgive myself for obeying him. Hey, we're heading in today, right? I haven't decided yet. You need to get ready first? I want to make him pay as soon as possible, now that we know the real story behind his actions. I want to learn more about you. I appreciate the offer, but I'm not really in the mood to be out of having fun right now. Sorry, but I'd rather focus on the Kamoshita situation. Lady Anne seems stressed. I guess it's not much of a surprise. Kamoshita's the only thing she can afford to think about right now. If you want Lady Anne to rely on you, you'll need to be kinder. Like me. Okay. Murmur. I hear that Mr. Kamoshita has been really angry. It sounds like San Diego-kun, Mishima-kun and the delinquent Sakamoto are all getting expelled. First that suicide attempt and now expulsion trouble. What the heck's going on? Everything's gone crazy since the transfer student got here. Why do you go up against Mr. Kamoshita? Okay, Moment. Wenn jetzt aber... Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal... Äh, Takemi. Wer war nochmal Takemi? Takemi. Ah. Nee. Anwar... 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 Taka, Taka irgendwas, Taka irgendwas, Taka, was anderes. Was haben wir denn? Takamaki, genau. Wer war denn Takemi? Wer oder was war denn Takemi? War das der... War das der zusammengeschlagene Student? Hm, da sagen die... Club activities are killing me. Is there something I can get to relieve exhaustion? If that's the case, why don't you try this body oil called Recover Oil? You can find it at the cosmetics shop in the underground mall of Shibuya Station. Body oil? Huh, I guess I'll give it a try next time. Whoa, body oil that can relieve exhaustion? That sounds pretty amazing. Would you agree? These two always seem to talk about foods and fats. I might... It might pay off to listen to in... On them often. Okay. Oops. Is this here sports bag? Sports bag? Wow, these shoes are really beat up. What do the sports teams here make guys do? Ganz schön viele. Mishima Takemi. Das ist er, glaube ich, ne? San Diego, San Diego. So, I never thought it would end up like this. What am I gonna do? I'm done for it if Mr. Kamoshidas keeps coming after me. Okay. Keine Ahnung, wer Takemi ist. Okay. Kann ich hier speichern? Lass meine Leven angehen. Speichern? Kann ich das nicht? Okay, dann werde ich jetzt hier speichern. Und diese Episode zunächst einmal beenden. Ich bedanke mich bei allen, die hier eingeschaltet haben. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.